zu zuschlagen So, ich helfe dem Ray jetzt erstmal sein Hütchen da fertig zu machen Das ist halt aber schon ein bisschen verkehrt drum hingestellt zum Lagerfeuer Ich wollte mir das ihm vielleicht mal sagen Wir sollten ihm sagen, dass er unsere Let's Plays gucken soll Damit er weiß, wie er das hinstellen muss Ja, genau Das wäre dann schlauer Weil dann kann er nämlich zum Beispiel auch den Trick hier mit dem Feuer auf die... dass er es da runter stellen falls er dann alleine die Nacht überleben will Dass er trotzdem warm bleibt, ne? Das wäre immer schlauer Ray, falls du mich hören kannst Bau die Hütte nächstes Mal andersrum Tu es, tu es Es wird auch langsam wieder Nacht Mhm Ich kann mal heim Jo Ich geb dem grad noch hier Ich brauch nur noch vier Lock und dann ist gut Du nicht so, wenn du Englisch trinktest Ich kann Englisch Socks Und dann wirst du wissen, wie zu bauen Ich hab ein Orso im Bier Was? Ah, ups Ich hab ein Orso, ich hab ein bisschen viel Orso geschrieben Das ist kein Problem Aber das sagen die, ich war ja vor... Wann war ich denn in London? Moment Ich war ja mein Engländer Warst mein Engländer? Wer steht denn über unserem Haupthaus? Ich steh auf ner Hütte Dreh dich mal um, da kommt ein Skelett Ähm Also ich war für vier Wochen, war ich 9,5 Tage gearbeitet Über so'n... Wann steht denn da Haus hinten? Da hat ja auch schon jemand da Haus hingebaut Das war ich, ich hab noch vier andere Häuser hingebaut Da sind sogar zwei Skelette in der Nähe Ja, ich bin dafür, dass jetzt meine Rauche Ich komm jetzt mal zurück Ray kann auch nicht lesen und schreiben Ne Vielleicht weiß er nicht, wo man drückt zum schreiben Ok Ob ihr wirklich richtig steht Wenn der Ray euch schreit Wir kommen noch ein Skelett in unser Dorf Ja, ich bin auf dem Weg Ich bin schon da Hat aber nichts mit dem Skelett jetzt zu tun Ich leg einmal nach Sehr gut Würstchen? Ja Jetzt hab ich so'n Hunger, ne? Ist der Wahnsinn So, warte mal Oh, ich bin wieder runtergefahren Auch gut Ob ihr wirklich richtig steht Wo ist denn unser ganzes... Wo sind die ganzen Metalle? Wo haben wir die denn hin gepackten? Welche Hütte? Wir haben hier keine Metalle Doch, wir hatten Metalle Gell? Hast du den Ray glaubt? Sehr gut Wahrscheinlich Er war er bei uns ja schon oben Und das kann dann auch möglich sein Oh gut Und ich helfe ihm noch seine Scheißhütte da zu bauen oder was? Wart mal ab bis zum nächsten Patch Ray Dann entrain wir dich Soll ich den kicken? Nein Hat der wirklich alles mitgenommen? Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich weiß nicht, wo die Metalle liegen Ich hab noch Metall geholt Ich klau ihn jetzt seinen Scheiß einfach Sehr nett, sehr freundlich So Naja, was kommt der auch bei uns auf den Server? Also... So ein unverschämter Frechdachs Ja, ist schon wieder so ein Wolf Ja, ich hör nur nichts und sehe auch kaum Und dieses... Äh... Geblinge von dem komischen Bissen du, du Blödsack? Im Haus bin ich momentan Er springt da irgendwo... Und rum Nee Ich frag, wo bist'n du, du Blödsack? Und du saß hier Achso Ich such grad die Hütte für mich Ich wusste nie Boah, Mann Das gibt's doch gar nicht Als wenn der immer wüsste, wann ich schieße, ey Jetzt hab ich dich erwischt, du Dreck-Sau Komm her, komm Fein Schön in den Hintern, ey Meili, du feiner Meili, du schlägst in die Luft Ja Ja Jetzt aber Und noch einen Und noch einen Und das müsste ihm eigentlich die Wirbelsäule rausgehen Und ich hab keine Pfeile mehr, so gut Sehr geil Jetzt aber, komm Jetzt ist er weg Äh, immer noch nicht weg Ja, jetzt ist er weg Ich hab' ihm grad die Metalle aus der Kiste rausgeklaut Oh, ist das ekelhaft Also nicht, dass du ihm die Metalle geklaut hast, sondern Die rottete Fleisch Und zur Feier des Tages hau' ich ihn seine Kiste kaputt Weil ich, ich geb' dir mal ne, ne, äh, Faceguard Okay Hier am Feuer Ja Eingesichtsschutz Kann man die Kiste kaputt hauen? Ja Noch einen, komisch Wieso hab' ich noch einen? Das ist ja komisch Das ist ja komisch So, erstmal ein paar Nüsse essen Hast du noch, ähm Die normalen Bandagen, oder? Ich hab' noch zwei Bandagen und, äh, drei Klos-Schretz Ähm, kannst Ich hab' alles hier, ich kann dir alles besorgen Hey Wieso? Wieso? Minimiert mein Spiel So, warte Ähm, das hier und das kann ich dir auch geben Dann kannst du mal gucken Mhm Okay, cool, danke Schmeiß dann wieder was raus Sterb, toter Wolf Ja Tote Wolf, ja So Ich würd' sagen, wir machen gleich mal Wie kann ich dir noch mal teilen? Stone everything from your chest Ähm, shift Und linke Maustaste If you want it back, ride back Ähm, or not Ähm Auch in Deutsch Du kannst schreiben Vielleicht kann er auch Deutsch Vielleicht auch Du kannst lesen Auch in Deutsch Smiley, was ist los? Ich versuch das grad hier Shift Vielleicht kann er auch Deutsch Über STRG Ja Schmeiß dir ja grad mal wieder eine raus Ja Sauber Eine Ja Ja, es sind nur zwei rausgekommen Ich hab noch Frost fernüber Ich hab sogar noch einen Bogen, geil Aber keine, äh Bandagen Moments sonst mehr No problemo, Senorita No problemo Ähm, ich werde mich wieder hier hinstellen Mhm Diese raus Okay, ich komm Servus Ja Juhu Juhu Du hattest doch irgendwie ne Schürze an Boah Ich? Und ne Schürze? Ja, du hattest doch grad ne Schürze noch an, oder nicht? Oh, ja Jetzt ist sie weg Ah, klasse Ray left game Ja, ich hab ihn grade gekickt Achso Der arme Ray, ey Ja Na ja, dann schauen wir mal Haben wir mehr genug Leder? Ich hoffe aber, äh, Ray ist nicht mit Ben verwandt Sonst kriegen wir keine Sonnenbrillen mehr, ne? Nein, so genau, ja Ähm Ich brauche mir doch mal was Ähm Ich glaube, ich brauche uns jetzt mal ne, mal ne Truhe Wie war das mal was brauchen wir dann für die Truhe im Moment Das war doch Äh, was ist denn das? Ja, ich hör schon wieder hier so ein Stinksack Hm Was ist ne Radiant? Was ist ne Radiant? Das ist diese Evensteel Rüstung brauchst du die Radiant, ähm Damit kannst du dir halt diese Verbesserte Rüstung mal brauchen Also mit Uran Das ist Uran Ja Wo waren das nochmal? Wo waren die Kisten denn nochmal? Äh Auch unter K Äh, unter J so Ich guck gerade Ne, das ist alles Armor General J Und dann Ach, da unten, warte Warte mal Äh, Medium Quality Beutel, genau Medium Quality, okay, wie viel Dahinten kommt wieder ein Wolf Ich steh momentan noch auf der Hütte Und guck am Feuer quasi auf die Hütte, die Eric gebaut hat Okay Und dort vorhin dran läuft nochmal so ein Ekelwolf Ah, der ist ja blöd Medium Quality, drei Stück brauchen wir davon Machen wir mal einen kurzen Break Nehmen dann gleich wieder auf Ja, machen wir mal einen kurzen Break Medium Quality Und bin mal kurz Eifk Mhm Und bin mal kurz Eifk Mhm Äh, Tom Ja Glaubst ihr gerade die ganzen Seen? Achter Ich brauch zwei Seen, bräuchte ich So, jetzt kann ich wenigstens die Kiste craften Ich fang uns die Kiste mal direkt hier neben, ähm Ähm Direkt Ähm, Helm, schau mal mal, was brauchen wir denn für Helme Ich bin dann auch mal noch kurz AFK Ja Ach, da brauchen wir mehr Medium Quality und Kohle Was? So viel Kohle? Günstige Helme Günstige Helme Äh, Kohle haben wir hier, ich hab jetzt gerade unten an der, ähm An der Schmiede Ich packe jetzt gerade mal die ganzen Sachen rein, die wir schon haben Hm Äh, ich wollte eigentlich gerade so einen kleinen Helm Der liebsten Ja, und da brauche ich viermal Medium Quality, Metallohr, und achtmal, achtmal Leder Wir haben, wir haben zweimal Medium aktuell Ah, das ist noch länger zu wenig, halt, wo ist denn das andere Leder Leder, Leder Haben wir jetzt überhaupt keine Sehne mehr, ach doch da Doch, da können wir noch Sehen, Sehen haben wir noch, jede Menge glaube ich Ich habe ja nur ne Kiste gecraftet, damit wir unsere ganzen Metalle da reinpacken können So Ja, ein paar Bogen, ein paar Bögen nochmal, äh ein paar Pfeile nochmal gecraften Da, zurück WB 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 Ich habe WB gesagt, WB heißt Bye Bye Achso, und WB heißt wieder zurück Welcome Back Achso, Welcome, ah, ich kenn nur Welcome, deswegen Ich nix wissen, was hell, hello So, es ist Nacht Ja Draußen ist kalt Ja Und da kommt ein Skelett, wer auch immer da unten steht Wo, wo? Ach da Am, 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 am Kiste Ja Ja Ja, die Kiste hat sich ein bisschen komisch platziert, aber irgendwie hat sie mich nicht anders droppen lassen Drop me your base, ah und ist weg Sehr schön Junkin WB Deswegen Ja Ja